wohl da oben wenn ich Glück hab kommt da oben noch irgendwas zum zerstören na ich glaub da komm ich nicht hin na gut aber da hab ich mich doch schon mal drauf das war doch schon mal ganz cool ja verdammt ist das heiß ja verdammt war das heiß was war das ups so ich stehe da muss aber nach da das ist ein Helikopter oder was keine Zeit zum nachgucken ja spring da ab da kommen jetzt bestimmt gleich wieder meine Kameraden angefahren total lahmärschig wie immer weil ich jetzt was aufgemacht hab wo ist denn jetzt diese können jetzt echt oben drüber sein sag mal wie lang können die mich denn verfolgen wiederhole Helikopter am Anflug oh geil oh nice Verstärkung ist unterwegs durch ich würde da einfach anbrauchen können muss ein bisschen aufpassen ich stehe auf ne Brücke ach der wird schon nicht kaputt gehen die Brücke die hält das durch oh oh so tschüss so die folgen wir nicht mehr ja tschüss ich hab ja noch andere Dinge zu tun alter da hoch muss ich what the fuck soll ich denn da hochkommen an alle Einheiten findet den Rebellen ja ja findet den Rebellen so ist gut so ist gut klettern alter alter falter what the fuck dreh dich mal nicht so komisch hey da ist nix mehr mehr sind kommen Jungs weitermachen what the fuck wo ist wo ist denn jetzt der der Rest den ich zerstören muss der war dann doch noch oh jetzt haben wir denn hier Feines ist das wieder zum aktivieren dass da was rauskommt zum Expringen nee auf den Schrottplatz shit hey wo ist denn das jetzt ach Gott muss irgendwie wieder runterfliegen jetzt was ist das hier haben wir das schon eigentlich ja wow so dann blicken wir da lang dann müssen wir hier wieder lang kann nicht sein man wow ich bin Superman Superman zeige allen was ich kenn so kenn tu ich nischt so hier ist aber ein Loch das nach oben geht bring alles mit was du hast ich bin mal gespannt was da oben gibt da scheint doch was zu sein haha was haben wir denn hier naja sieht nichts aus was zum kaputt machen da ist hä ich seh irgendwie nichts was soll man denn hier kaputt machen das kann warte mal ich bin jetzt hier hinten okay hier ist ja auch nichts kann nicht sein man ey die trollen die trollen mich Leute ich hab's bestimmt schon gesehen ne ihr Schweine habt's bestimmt schon wieder gesehen und sagt's mir wieder nicht puh da ist ja auch noch was ich glaub ich guck da mal das muss auch drin sein na gut dann müssen wir wieder rein why not oh ist das schon geil ach dann lol das gibt's doch nicht ernsthaft ich suche die ganze Zeit so hast du verdient der andere das scheiß ist bestimmt auch noch hier oh Gott das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht und ich suche wie so ein blöder stirb 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 so das andere ist da drüben also zeigt's doch da drüben da oben an aber das ist bestimmt da drüben irgendwo ach Mist hier komm ich nicht lang hier gibt's auch noch was schönes komplett unentdeckt komm schon boom 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 mache boom diese scheiße der hat weil das weil das nicht abfällt kann ich nicht drauf schießen jetzt hab ich's jetzt haben wir noch ein machen wir noch einen Tank da ist er doch und endlich alter Falter und der funkt nochmal mit Kronk das gibt's ja nicht CS Power One dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschalten wird einer immerhin wo geil Hügeltour naja Bootswahnsinn alter boah ist das böse da hinten ist noch was das wissen wir und es gibt noch versteckte Siedlungen wo auch immer die sein sollen hier hier ist noch eine Siedlung na klar man sieht das doch hier eigentlich dass da was ist hier ist auch nochmal was wer ist beschissen so komm ich hier wieder raus okay da ging's dann mal lang okay kann man ja nur im Kreis fahren oder wie hallo Bürger wir mussten kürzlich Porto da Sena dem tieren demo dämon demontieren über den Grund darf ich nicht sprechen aber glaub mir er ist wichtig so viel Zerstörung aber alles für das Gemeinwohl stimmt's für die Wahrung des Status Quo einer stabilen und starken Nation Viva Medici ja das können wir verstehen das können wir verstehen das ist ein guter Grund es wird schon wichtig gewesen sein na komm schon jup bis da rüber juhu jup ein bisschen nach vorne fliegen und da ist auf jeden Fall eine Stadt die ich jetzt einnehmen werde miau ich finde das es macht immer immer wieder Spaß irgendwie durch die Gegend zu gleiten hätte ich auch nie gedacht ich werde sie jetzt befreien ich bin da Leute ich bin da keine Angst ich befreie diese Stadt alle Einheiten hierher bam boom bam wo ist das scheiß Schild ich Leute ihr müsst diesen Scheiß euch nicht nochmal angucken so ist denn jetzt das Symbol für die Flagge da so Leute ihr seid befreit Freiheit für jeden das bring ich euch Freiheit für jeden so da können sie rumschießen wie sie wollen die Idioten die haben keine Chance so was ist hier drüben da ist noch so ein so ein Steg und süßes Flugzeug oh yeah geil nice so machen wir es halt so wenn das Flugzeug nicht will dann machen wir es so ich drücke immer zu E zu früh E Wiko Gamba okay das sieht nicht aus wie eine Siedlung die DRM ist nirgends vor ihnen sicher aber ich brauche ein Flugzeug fällt mir gerade auf oder irgendetwas schneller ist auf jeden Fall aber das ist ein Flugzeug wahrscheinlich ziemlich gut denn also wir haben hier noch was zum Befreien das ist eins wie viel brauchen wir noch zwei drei unentdeckte Siedlungen aber erstmal fliege ich hier hinter hier hinten ist auf jeden Fall noch was da ist auf jeden Fall noch was dann brauche ich jetzt das Flugzeug also hole ich mir das hä das denn ist das eine Siedlung ja es könnte eine Siedlung sein ich meine hm so ich brauche das Flugzeug so lass mich mal rein mein Freund so und dann machen wir hier eine Markierung und dann fliegen wir los dauert ein bisschen das hat ein Wasserflugzeug was soll man erwarten das ist nicht besonders gut und schnell ach ist das eine Bohrinsel das ist eine Bohrinsel die wir befreien wollen komm schon gib Stoff jetzt langsam geht's los wir werden immer schneller immer schneller bald heben wir von alleine ab ich muss gar nicht drücken so von ganz alleine abgehoben ist bestimmt die Bohrinsel da die werden wir uns holen Leute die holen wir uns die gehört uns wir haben ja schon mal eine befreit gehabt die wird durch Zufall vorbeigeflogen miau sie befinden sich auf Sperrgebiet verschwinden sie das ist mir doch scheißegal das ist mir egal da will ich rein da will ich rein ich bin da ich bin da abgesprungen alter noch kurz vorher abgesprungen das gibt's doch nicht ich bin kurz vorher abgesprungen das habt ihr gesehen ich bin vielleicht ein bisschen zu spät abgesprungen aber hey ich bin da Chaos stiften boom die ganzen Tanks werden einfach in die Luft gejagt von mir das ist doch alle Anlagen hier dass hier alle Anlagen in diesem Spiel irgendwie bewaffnete Typen dabei haben alle haben so eine übelst krasse Militär Einrichtung überall egal wo ich bin schon ganz schön krass viel weitere Schiffe sind unterwegs um euch zu unterstützen äh was ist da gerade was runtergekommen von oben huch ist da gerade ein Helikopter von Höhe gefallen ich hab keine Ahnung sah ein bisschen so aus hier brennt noch mal diese Sniper so hat er ja trotzdem gefunkt der Sack so eine Schüssel brauchen wir noch irgendwo muss hier noch eine Schüssel sein wir haben bestimmt Anti-Air da ist ein Schüssel sieht nach einem Betriebsunfall aus noch eine Schüssel irgendwo muss noch eine Schüssel sein und irgendwo ist noch ein Tank irgendwo ist noch ein Tank Luftunterstützung ist unterwegs die Luftunterstützung ist unterwegs bla 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 wo ist die scheiß Schüssel ich seh sie nicht Moment mal hier Zentrale wir schicken Boote zu eurer Position der ist ja viel besser ist immer geil das kommt wenn man die guten Sachen schickt bin ich gut ja trotzdem wo ist diese Satellitenschüssel muss man auch irgendwo sehen oder der Tank da ist der Tank hat sich gut versteckt schicken euch vor Schwergung dass sie neutralisieren schnell da ist noch ein Tank nice da fehlt noch irgendwo einer bestimmt noch einer so dran so dann müsste noch irgendwo da unten so einer sein aber wo ist die Satellitenschüssel weitere Schiffe sind unterwegs um euch zu unterstützen ha wie viele noch krank man betreib's mal nicht soll nur noch so ein scheiß Tank sein da ja verschwindet ihr mal aus meinem Gebiet das gehört nämlich jetzt wieder mir das war sehr witzig fand ich auch ganz witzig das fand ich eher weniger witzig ich würde eigentlich hier so nach oben kommen so ich will mir nämlich den Helikopter hier holen oh der ist schön der ist schön dick und fett fände ich gut so und dann heißt es wohl gucken wo könnte jetzt hier noch eine Siedlung sein so man sieht die ja relativ da ist eine Siedlung Siedlung da ist noch eine da ist noch eine Siedlung da fliegt man hin und dann müssen wir noch diese fette Megabars ausrotten dann brauche ich noch eine Provinz das hä die haben doch da Anti-Air komisch oh toll das hat gar keinen Schub na egal ist aber theoretisch sogar schneller als das Flugzeug mit seinen 200 Kilometer pro Stunde sieht schon ein bisschen schneller aus ja und dann muss man noch eine Provinz befreien äh ist also doch ganz schön krass was das wie viel das Spiel dann quasi vorgibt dass man da was befreien muss und so die wird irgendwann mal irgendwo ankommen am besten direkt in der Stadt am Wasser ist die gelandet hier einfach auf die Stadt ballern so die haben doch bestimmt so eine Statue oder sowas ne die ist zu klein für eine Statue die haben nur so eine hässlichen die Dinger haben die bloß so zwei Stück davon vielleicht nur das wäre ja voll witzig so noch irgendwas ja irgendwo ein Plakat da oh nein kann ich hier landen ich versuche mal hier zu landen ich kann das nämlich gut perfekt oh Mist da ist er die Flacke so und oh lol komm schon komm schon meins 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 okay easy es ist doch das lief doch schon ganz gut diese Stadt gehört jetzt wieder dem Volk ja ja Rico ist ja gut Patriot so flupp diese ballern die ja durch die Gegend aber ist okay jetzt müssen wir das Ding noch ach das ist ja total klein das ist ja total klein noch oh ich dachte das ist eine riesige Basis aber das erscheint nur so eine kleine Basis das ist gut die holen wir uns die haben sie ja bestimmt nicht da ist noch so ein Ding da ist noch ein Tank nein nicht Kronk anrufen gut da ich nicht gebrauchen sowas den Ärger jetzt hier ist noch ein Treibstofftank irgendwo gut versteckt muss da drinnen sein da ruft schon jemand wieder immer Kronk an so die wollen mich hier wohl nicht so wo ist denn der der hat sich versteckt meins Anschlag aus der Luft ja geil okay jetzt haben wir drei von sieben wir brauchen aber vier von sieben teilweise echt nervig was wollt ihr hier verpisst euch so Rebellen übernehmen den Rest sehr schön haben wir jetzt hier diese ganze Region befreit jetzt müssen wir irgendwie eine kleinere Region finden hmm eeeeee Bis zum nächsten Mal.